Hallo und herzlich willkommen an alle auf der anderen Seite des Bildschirms. Schön, dass du wieder zugeschalten hast. Mein Name ist Susanna und in diesem Video des Lernzyklus möchte ich dir ein paar Vokabeln aus der Sprache der Mathematik zeigen, so dass du leichter eine passende Gleichung aufstellen kannst. Doch bevor wir beginnen können, hast du schon alle Materialien, die wir zum Lernen brauchen bei dir? Na dann los, lass uns gleich mit ein paar Vokabeln beginnen. Ich möchte dir jetzt einige wichtige Übersetzungen zeigen. Nimm dir dafür eine Lernkarte oder ein Papier und schreibe am besten mit. Als allererstes eine Zahl. In der Mathematik suchen wir meistens nach einer Zahl. Wenn in der Mathematik also von einer unbekannten Zahl die Rede ist, dann meint man damit eine Variable oder eben eine unbekannte. Und wie du schon weißt, können wir eine Variable mit einem Buchstaben beschreiben, egal welchem. Zum Beispiel Z wie Zahl. Wenn du also einmal liest die Hälfte einer Zahl, dann ist eine Zahl die unbekannte Z und die Hälfte meint dann, dass wir diese unbekannte halbieren müssen, also durch zwei teilen. Das kannst du als Division anschreiben oder als Bruchzahl. Wie glaubst du, müsste dann das Doppel deiner Zahl in der Mathematik aussehen? Richtig! Eine Zahl ist wieder die unbekannte Z und das Doppelte dieser unbekannten ist mathematisch einfach mal zwei. Hast du es vielleicht andersherum aufgeschrieben, also zweimal Z? Bei der Multiplikation dürfen wir das auch. Das erlaubt uns das Kommutativ- oder Vertauschungsgesetz. Beide Schreibweisen sind daher richtig. Oft schreibt man in der Mathematik auch zwei Z. Sie lassen das Malzeichen weg. Wenn du also in der Gleichung Zahl und Variable ohne Rechenzeichen siehst, bedeutet das immer Mal, also eine Multiplikation. Jetzt haben wir die Punktrechnungen. Es gibt aber auch Vokabeln für die Strichrechnungen. Überlege mal, was könnte in einem Text stehen, welches wäre, welche Tätigkeit, die du in der Mathematik als Subtraktion anschreibst? Ist dir vielleicht Abziehen, Wegnehmen oder Verkleinern eingefallen? Super! Kannst du dir noch vorstellen, na, welche Rechenart fehlt noch? Richtig, Plus, also addieren. Man sagt häufig, vermehre etwas um 3 und wir schreiben dann Plus 3. Auch hier gilt das Kommutativgesetz. Wir dürfen also die beiden Summanden vertauschen. Z plus 3 oder 3 plus Z ergibt nämlich immer dasselbe. Wenn wir schreiben 3 plus Z, dann heißt es im Text, 3 wird um eine Zahl vermehrt oder vermehre 3 um eine Zahl. Und, fallen dir noch andere Übersetzungen für die Addition ein? Vergrößern oder dazugeben sind andere Vokabeln für die Addition. Sehr gut, jetzt kennst du die wichtigsten Vokabeln zu übersetzen ins Material. Oh nein, jetzt sind die Vokabeln und ihre Übersetzungen durcheinander geraten. Kannst du sie wieder richtig zuordnen? Hast du alle Punkte richtig zugeordnet? Wenn ja, dann bist du bereit für die erste Aufgabe. Lass uns starten. Das Doppel deiner Zahl ergibt 10. Worum geht es in der Aufgabe? Nachdem es sich hier um eine Übungsaufgabe handelt, gibt es keine Geschichte zu der Aufgabe. In dieser Aufgabe wollen wir uns ganz auf das Übersetzen von Text in die Schreibweise der Mathematik konzentrieren. Überlege nun, was wir hier herausfinden wollen. Obwohl es hier kein Fragezeichen im Text gibt, gibt es etwas, das wir nicht kennen. Weißt du, was wir in der Aufgabe wissen wollen? Wir wissen noch nicht, um welche Zahl es sich handeln könnte. Wie könnten wir diese Zahl mathematisch anschreiben? Diese Zahl ist also unsere Variable. Ich nenne sie hier einmal z. Nun schau mal, was du denn zu bzw. über diese Zahl weißt. Betrachten wir zuerst den ersten Teil des Satzes. Na, hast du dir gemerkt, wie man das Doppel deiner Zahl in der Mathematik anschreiben kann? Richtig, zweimal z. Dann bleibt nur noch ergibt 10 über. Kannst du erraten, wie wir es mathematisch anschreiben können? Mit einem Ist-Gleichzeichen. Das Wort ergibt sagt uns nämlich, dass das Doppel deiner Zahl gleichwertig zu 10 sein soll. Und kannst du daraus schon eine Gleichung aufstellen? Drücke auf Pause und probiere es. Du kannst dir auch wieder mit einer grafischen Darstellung helfen. Denn stell dir vor, das ist z. Und zweimal z bedeutet nochmal diese Länge. Und ergibt 10 bedeutet dann, dass die beiden z 10 sind. So erhalten wir die Gleichung zweimal z ist gleich 10. Du kannst dir auch merken, die obere Zeichnung ist die linke Seite und die untere Zeichnung ist die rechte Seite der Gleichung. Diese Gleichung erhältst du auch, wenn du die beiden Teile wie in einem Text hintereinander schreibst. Perfekt und schon haben wir einen Text in eine Gleichung übersetzt. Jetzt bist du dran. Wie schreibst du diesen Text als Gleichung an? Drücke auf Pause und lass dir genügend Zeit. Ist eine Gleichung hier dabei? Drücke auf Pause und vergleiche. Richtig ist c. Lass uns noch einmal durchgehen, wie man zu dieser Gleichung kommt. Gehen wir dafür die einzelnen Textstellen durch. Stoppe dabei das Video und übersetze die Textstellen gleich in die Mathematik. Addiert man zu einer Zahl 7. Na, wie schreibe ich das mathematisch an? Es ist das x plus 7 in der Gleichung. Dabei ist eine Zahl unsere unbekannte x und addiert man zu einer Zahl 7 bedeutet in der Mathematik plus 7. Jetzt fehlt nur noch der letzte Textabschnitt. So erhält man 20. Das wird mit ist gleich 20 übersetzt. Erhält man oder das ergibt, wird also in der Mathematik mit einem ist Gleichzeichen übersetzt. Und wenn du wieder diese Teile zusammenfügst, ergibt sich unsere Gleichung. Das hat doch super funktioniert. Gratulation, denn schon bis zum Ende des Videos. Sehr gut gemacht. Hast du dir ein paar Vokabeln gemerkt? Und wenn du dich fragst, was man machen kann, wenn Einheiten in einer Textaufgabe vorkommen, dann schau doch gleich ins nächste Video. Ich freue mich schon darauf.